Servus, liebe World of Warcraft-Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal mit einem kleinen Torgast-Tipp, wie ihr einfach an Legendaries rankommt, und zwar mit Hilfe der gewundenen Korridore. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke und damit starten wir direkt rein. Ich habe dazu schon mal ein kleines Video gemacht, aber habe nie gezeigt, wie das letzten Endes funktioniert. Es gibt ja viele Klassen, beziehungsweise eigentlich jede Klasse, hat Legendaries, die nur aus Torgast droppen können. Wenn das der Fall ist und ihr wollt euch euer Legendary holen, aber eben jene Wings nicht aktiv sind, die ihr benötigt für euer Legendary, dann habt ihr schlechte Karten. Das bedeutet, ihr müsst warten auf die nächste Woche und dann ist nicht mal garantiert, dass dieser Wing wieder aktiv ist. Heißt also, im schlechtesten Fall müsst ihr mehrere Wochen auf den Legendary warten und das ist ätzend. Ganz einfach. Ihr könnt das Ganze aber umgehen, und zwar mit den gewundenen Korridoren. Und ich bin da gerade mit meinem Paladin drin, weil eben auch mein Wing, den ich brauche, nicht aktiv ist. Was ihr jetzt macht, ihr müsst mindestens Layer 3 aktivieren. Also sprich, die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, die ihr am Anfang zur Auswahl habt, von 1 bis 4. Und dann, äh von 1 bis 8. Mindestens Layer 3. Vorher droppen keine Legendaries. Dann geht ihr rein und schaut, ob ihr in dem Wing gelandet seid, den ihr braucht. Es stehen 6 zur Auswahl. Ist immer zufällig, wo euer Run startet. Guckt, ist der entsprechende dabei. Sehr schön. Ist er nicht dabei. Geht raus und queet neu. Und danach müsst ihr euch durchschlagen bis Ebene 6. Und da bin ich jetzt angelangt und ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Ähm, der Boss hat doch ziemlich viel Leben, muss ich sagen. Und mein kleiner Paladin, ähm, ist jetzt nicht so stark. Aber, schauen wir mal, ob wir es schaffen, mit Hilfe der Kräfte, der Animaboni, die ich bisher gesammelt habe, den Dude umzulatschen. Und, das ist letzten Endes alles, was ihr tun müsst. Ihr müsst danach den Run nicht fortsetzen. Ihr könnt einfach mal reindippen, schauen, wie weit ihr kommt. Am besten dann, shit, den hätte ich jetzt kicken müssen. Habe ich natürlich nicht. Das lief mal wieder hervorragend, lieber G6. Und bis Ebene 6 spielen. Dort trefft ihr nämlich dann auf den Boss des jeweiligen Layers, Wings, Whatsoever. Und wenn ihr den bezwingt, der droppt dann das legendäre Rezept. So. Ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass ich den Dude hier umknüppeln kann. Ich muss nächstes Mal einfach seinen Heal kicken. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich auch schon tot gewesen. Und jetzt heilt er mir nämlich ziemlich grobe Kellen langsam aus. Oh, jetzt so gehärteter Panzer. Jetzt muss ich das kicken, wenn er sich jetzt heilt. Ich raste aus. Da kommt der Heal. Da gibt es einen Stun. Hoffentlich setzt er jetzt nicht wieder direkt neu an. Das wäre ungünstig. Nein, tut er nicht. Ich habe meinen Heal wieder. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt dürften wir ihn doch hoffentlich ein bisschen heilen. Nicht sterben. Nicht sterben, G6. Das kicke ich nicht. War das ein Fehler? Das könnte ein Fehler gewesen sein. Hil, hil, hil. So, jetzt dann ich ihn nochmal. Und jetzt mörsern wir den Kerl um. Zack, fertig ist die Laube. Und theoretisch, wenn ich ihn jetzt loote, müsste das Legendary drin sein. Und so ist es. Erinnerung an die Schockbarriere. Das war genau das Ding, was ich wollte. Nebenbei habe ich auch gleichzeitig noch eine Quest erledigt. Auch das ist sehr schön. Freut uns natürlich sehr. Und wer mir jetzt nicht glaubt, kann ja jetzt jeder herkommen und sagen, der war gar nicht gebundene Korridore. Und das geht gar nicht. Seht ihr einmal daran, dass jetzt hier noch so eine Kugel liegt, wo ich ein Talent auswählen kann. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, seht ihr, dass der Run weitergeht und ich jetzt auf Ebene 7 die gebundenen Korridore angelangt bin. Also, wenn ihr noch unbedingt ein Legendary braucht und ihr kommt nicht dran, weil euer Torgastwing nicht ab ist, macht es euch einfach und versucht es euch so zu holen. Ist auf jeden Fall die schnellste Alternative. Ich hätte jetzt, ich mache das ganze Dienstagabend, ich hätte natürlich auch noch warten können bis Mittwoch, um zu gucken, ob das da aktiv ist. Beziehungsweise hätte auch auf den US-Torvern gucken können, was da jetzt aktiv ist. Ich glaube, die Rotation ist dieselbe, wenn ich mich nicht irre. Aber sei es drum. Ich wollte das jetzt einfach haben. Ich wollte mir das heute noch basteln. Jetzt muss ich noch zweimal Torgast rein, um die Seelenasche dafür zusammenzukriegen. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesem Video ziehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Loot aus der Schatzkammer-Truhe und bleibt vor allem gesund. Bis dahin, reingehauen. Bis dahin, reingehauen.